Hi Leute, wir kommen zu dem eigentlichen Wunsch vom letzten Mal. Es ist ein Stück von den Toten Hosen und heißt Herz brennt. Es ist mitten in der Nacht und ich schlafe nicht, weil ich dir tausend Gedanken schick und ich dich immer mehr vermiss. Du liegst neben mir, ich kann dich nicht spüren und ich kann sie nicht ignorieren, die Angst, dich zu verlieren. Zu glauben, dass es dir gut geht und dass du nicht an mich denkst, tut mir weh. Es ist ein mieses Gefühl, das mich so quält. Dichst du nie zurück an unsere Anfangszeit, wo es gut war, nur verliebt zu sein und zu hoffen, dass man dem anderen reicht. Und wann kam dieser Tag, als da erste Zweifel waren, ob unser Weg wirklich endlos ist? Was kann man tun, wenn das Herz brennt? Wenn die Flamme sich immer tiefer in die Seele frisst? Was kann man tun, wenn das Herz brennt? Wenn außer Asche von der Liebe nicht viel übrig ist? Woher kommt der Hass, der uns verleitet? Immer wieder anzugreifen, um jedes Bisschen nichts zu streiten? Mit messerscharfen Borden stechen wir auf uns ein Wenn das Herz brennt, wenn die Flamme sich immer tiefer in die Seele frisst? Was kann man tun, wenn das Herz brennt? Wenn außer Asche von der Liebe nicht viel übrig ist? Man kann nichts tun Man kann nichts tun Man kann nichts tun Man kann nichts tun Vielen Dank fürs Zuschauen Keep on Rockin'